Um deinen DualShock-Controller der PlayStation 4 mit deinem Smartphone zu verbinden, sind eigentlich nur zwei Schritte notwendig. Du solltest wissen, dass das sowohl mit deinem iPhone als auch mit deinem Android-Smartphone funktioniert. Allerdings, und das ist wichtig, unterstützen nicht alle Spiele den Controller als Eingabe. Nimm jetzt dein Smartphone zur Hand und aktiviere Bluetooth. Gleichzeitig musst du den Controller in den Pairing-Modus setzen, damit er sich mit deinem Handy verbinden kann. Drücke und halte dafür gleichzeitig die PlayStation- und Share-Taste oben links für etwa fünf Sekunden gedrückt, bis dir der Verbindungsmodus durch die schnell blinkende LED auf der Vorderseite bestätigt wird. Wenn du interessiert an weiteren kompakten Erklärvideos über die PlayStation 4, aber auch über die neue PlayStation 5 bist, lohnt sich ein Abo auf meinem Kanal. Gerne kannst du meinen Kanal auch mit einer kleinen Spende unterstützen. Jetzt wechselst du wieder auf dein Handy und findest hier unter den Geräten in der Nähe den DualShock 4 Wireless Controller, mit dem du dich verbinden kannst. Der Vorgang ist abgeschlossen. Starte jetzt das Spiel, welches du spielen möchtest und beginne mit dem Controller zu zocken. Möglicherweise musst du jetzt noch die Steuerung mit dem PS4 Controller im Spiel konfigurieren. Wenn ich dir helfen konnte, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos, die dich eventuell interessieren könnten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!